Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Nobelhorst Champion und gleichzeitig dem Geburtstagsevent. Happy Birthday, der dritte Geburtstag von Nobelhorst Champion. Ja, ich kann sagen, ich bin so ziemlich von Anfang an mit dabei und habe die Geburtstage soweit alle miterlebt. Es ist viel passiert seitdem, immer mal wieder. Schönes, nicht so schönes. Und schauen wir mal, was jetzt passiert. Was auf jeden Fall ist, ihr bekommt im Shop im gesamten Mai 15% auf alle Produkte im offiziellen Online-Shop. Ja, und herzlich Willkommen zu unserem dritten Geburtstagsevent. Drei Jahre gibt es dieses Spiel bereits und ich bin sehr glücklich über die Entwicklung. Ja, die Beta ist noch nicht präsent. Ja, sie hätte es gerne gemacht. Ja, stattdessen kommt nun das vierte Event in kurzer Zeit nach unserem Valentinstagsevent, dem April-Scherz und das Lieblingsevent jedes Jahr. Die Idee dazu haben wir übrigens immer bereits im April des Vorjahres und dem Osterevent. Mit dem Wissen von heute hätte ich den Lounge damals wohl eher auf den Sommer gelegt, um die Zeit der Events zu strecken. Dieses Event wird den gesamten Monat andauern. Wir haben wieder zwölf Überraschungen für euch vorbereitet. Geschenke, Equipment und weitere Überraschungen. Weitere Überraschungen. Da ist so ein bisschen Spekulation, die man halt überall mal ein bisschen hört, liest und wo es Vermutungen gibt. Und mich persönlich würde ja sehr freuen, wenn als Abschluss die Shettys reinkämen ins Spiel. Das würde mich ja sehr freuen und ja, das würde ich sehr abfeiern. Bis dahin Equipment, besondere, vielleicht auch Meilensteine. Das wäre natürlich auch wieder klasse. Ich sammle die ja. Also den letzten Meilenstein Ostern, den habe ich halt eben auch bekommen. Und die finde ich immer ganz schön. Ja, bin mal gespannt. Ihr habt bis Monatsende Zeit, die Dinge einzulösen bzw. das Equipment zu kaufen. Ja, und das ist unsere erste Überraschung. Ein WeWork des Arabers. Und der kriegt natürlich dann gleich einen neuen Namen. Wir präsentieren uns den Partbird Araber. Ja, wieso das Ganze? Sie haben sich viele Gedanken gemacht und haben uns im Hinblick auf das Crossbreeding Feature in der Beta dazu entschieden, diesen Schritt zu gehen, um weitere arabische Kombinationen in der Zucht zu ermöglichen. Dazu werden wir in naher Zukunft auch das arabische Vollblut integrieren. Okay, das ist schon mal ein kleiner Spoiler, was so alles kommt. Wieso wurde der Araber nicht in das arabische Vollblut transformiert? Weil diese Rasse nicht diese farbliche Vielfalt bietet. Wie bei allen bisherigen Reworks haben wir alle Grafiken ausgetauscht und haben versucht, jede Farbe 1 zu 1 zu tauschen. Bitte habt Verständnis dafür, falls das nicht immer einwandfrei gelungen ist. Wir haben natürlich auch einige neue Fellfarben durch Zucht erreichbar ins Spiel integriert. Können wir uns da mal angucken. Steht hier auch, schaut dazu wie immer gerne im Wiki vorbei. Ja, bei Anzeigeproblemen natürlich das übliche. Caché halt eben dann leeren. Hier sind noch mal die Tipps, was man wo halt eben dann wie machen muss. Finde ich immer ganz gut. Ja, gucken wir uns das Ganze doch mal an. Ich habe hier das einfach mal als Beschreibung. Hier haben wir einmal das Fohlen und die Stute. Wir haben uns dazu entschieden, das Aussehen dieser Rasse sehr nah an dem arabischen Vollblut zu orientieren. Ursprünglich wurde diese Rasse als Araber ins Spiel integriert. Meine Güte, Wortfindungsstörung. Ja. Potenzial, Rennen, ganz klar. Was haben wir denn sonst als nächstes? Military, Springen, Dressur. Naja gut, je nachdem, was man da halt eben machen möchte. Dann sind natürlich hier die Standardfarben und dann die Farben, die nur durch Zucht erreicht werden können. Sind auch sehr viele schöne, schöne Farben dabei. Was mich sehr wundert, auf einmal mag ich Steel Grey sehr gerne. Ich mochte vorher Steel Grey oder überhaupt Grey bei den Arabern gar nicht. Und jetzt mag ich es halt eben doch. Ja, keine Checken erlaubt. Farbvariationen, Rabicano auf jeden Fall, also deutlicher ausgeprägt oder etwas leichter. Und Mähnenstile, ja, so sieht das Ganze dann aus. Das finde ich eigentlich ganz süß. Also hier dieses vierte halt eben. Oder halt eben dann mit kompletter Mähne. Dieses halb umgeschwungene oder diese Zöpfe. Nicht so meins, aber gut, das kann ja jeder selber entscheiden. Ja, ansonsten Schweife ist halt eben hier unausgeschnitten und hier ist es etwas gerader. Macht, was ihr wollt, im wahrsten Sinne des Wortes, so wie euch eure Pferdchen am besten gefallen. Ich zeige euch jetzt mal, die haben natürlich alle noch keinen Namen bekommen von mir, was ich so am Markt halt eben bekommen habe. Und wir starten direkt mit einem Chestnut, Rabicano, einer Stute. Die hat 335 im Charakter, 141 Exterieur. Ja, fahren, 415. Ich sage euch gleich, also ich fange ja jetzt gerade erst wieder so ein bisschen an und möchte da auf jeden Fall erstmal so ein bisschen wieder reinkommen. Und da wird sicherlich das ein oder andere Pferdchen auch nochmal gehen, neues reinkommen, je nachdem, was ich halt so finde. Ich wollte aber auch ein bisschen Rabicano da drin haben, das soll nicht nur diese Zucht werden. Ich möchte sowohl normale, in Anführungszeichen, als auch halt eben Rabicanos züchten, um das so ein bisschen, ja, aufzulockern halt eben. Ja, Heredia Bosk. Ich hatte erst so ein bisschen das Gefühl oder der erste Eindruck war, die Flexen Chestnuts sehen so ein bisschen aus wie ein Haflinger. Aber im Nachhinein habe ich dann gedacht, nee, die Haflinger haben ja, sind ja ganz anders im Spiel. Und ein Haflinger würde auch nicht so jetzt vom Körperbau aussehen. Ich glaube, Haflinger sind ein bisschen runder. Ähm, berichtigt mich gerne, wenn es anders ist. Aber so auf den ersten Blick, so pum, habe ich gedacht, oh, wie ein Haflinger. Aber das soll keine Kritik sein, um Gottes Willen. Also ich finde die Flexen Chestnut wunderschön. Die hat hier 418 im Charakter, 155 Exterieur und 637 in Fahren. Und auch hier gucken wir in den Stammbaum rein. Da haben wir Rabicano mit drin. Warum sie jetzt hier, naja, Rabicano und Rabicano heißt nicht, dass auch das Kind halt eben dann Rabicano hat, also Fohlen. Aber sie ist Trägerin auf jeden Fall und somit vielleicht auch wieder mal eine Kandidatin für die Zucht. Ja, dann kommen wir zu einem Fohlen, damit wir das auch mal sehen. Ein Liver Chestnut. Ich wollte natürlich die Farbe auch wieder drin haben. 274, 147, 381 in Fahren. Das ist natürlich nicht jetzt viel. Aber, naja, die Farbe, die hat es halt dann eben gemacht. Dann hat die Mama auch die Farbe. Ja, und das ist der Vater. Auch da ist ein bisschen Rabicano mit drin. Und ansonsten alle möglichen Farben. Da wird eine Überraschung, wie sie dann halt später, ja, Fohlen bekommt. Dann kommen wir zum ersten Hengst, einem Chestnut. Den fand ich auch richtig klasse. Mit seinen drei weißen Beinen und eine Socke hat er wohl vergessen. 458 und 233. Da war mir wichtig, dass das Exterieur wenigstens ein bisschen höher ist. Da muss ich in 371 in Fahren. Und Stammbaum gucken wir uns an. Da ist auf jeden Fall Dark Chestnut mit drin. Steel Grey, Rose Grey, Schwarz, also Black mit drin. Wow, der kann wahrscheinlich irgendwie alles vererben und ist auch so eine kleine Wundertüte. Dann habe ich hier eine Stute. Salaris heißt sie. Weiß ich noch nicht, ob ich die Namen alle behalte. Depple Grey. Auch eine Farbe, die ich vorher nicht angeguckt hätte, auch nur im geringsten. 446, 164. 531 in Fahren. Und da haben wir halt eben auch die Mama mit Depple Grey. Dominant White müsste das sein. Ja. Die wird aber wahrscheinlich viel Depple Grey verteilen. Aber ist auch in Ordnung. Also mag ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Ich finde die Blässe sehr schön bei ihr. Irgendwie haben sie es mir jetzt angetan. Aber auch vielen anderen, wie ich schon mitbekommen habe, die direkt losgegangen sind und zugeschlagen haben. Ja, dann haben wir hier eine Stute Black Rabicano. Das ist dieses etwas ausgeprägtere Rabicano. 468, 162 und 475 in Fahren. Dann gucken wir mal in den Stammbaum rein. Da hat nur der Papa Rabicano und da die Mama ist Trägerin gewesen. Deswegen hat das da wohl geklappt. Chestnut oder halt eben grau-schwarz. Auch eine Überraschung, was sie dann halt eben so an Fohlen eventuell bringt. Dann kommen wir zur ersten Rose Grey Stute. Die hatte ich, glaube ich, sogar als allererstes mir am Markt gekauft. Mal, schon wieder ein Pferdchen von Lena. Die freut sich jetzt. Ich weiß allerdings nicht mehr, ob die Stute nicht schon am Markt, also generell System, halt eben war. So, dann gucken wir mal in die Details 398, 160, 554 in Fahren und wir gucken in den Stammbaum. Okay, wow. Einmal alles bitte. Da fehlt nur noch Seal Bay und Bay. Dann wäre halt wirklich irgendwo alles einmal oder fast alles einmal drin. Naja, gucken wir mal. Ich habe so ein bisschen darauf geachtet, dass ich möglichst junge Pferde wirklich habe. Dass ich halt eben nicht gleich wieder die los werde aufgrund des Alters. Ja, ist nicht ganz so einfach. Es sind viele alte Pferde am Markt, über 20 Jahre und möchte ich nicht ganz so gerne. Guck mal, schon wieder. Lena lalala. Irgendwie, ja gut. Aber ist dann halt eben so. Die Züchterin freut sich bestimmt sehr. Ja, Lucy ist heute auch erwachsen geworden. Das heißt, ich werde nachher alle Stuten natürlich auch decken und werde mal gucken, mit wem und werde euch das dann natürlich in dem Video, wenn die Fohlen alle da sind, dann wissen lassen, was es dann alles so geworden ist. Die müssten ja eigentlich dann alle auch so an einem Tag kommen. Genau. Ja, da haben wir jetzt hier 438, 173. Achso, Farbe ist übrigens Steel Grey, die Farbe, die ich früher nicht angeguckt hätte. Mittlerweile finde ich sie echt schön. Also scheint wirklich dann das neue Makeover gemacht zu haben. 506 in Farren. Wir gucken in den Stammbaum auch nochmal kurz rein. Da haben wir Deppel Grey sogar dabei. Wir haben Palomino. Wir haben Chestnut. Okay. Auch sehr, ja, überraschend. Dann habe ich von der lieben Luise oder Luis, ich glaube Luise, einen Hengst bekommen. Die hat die mir freundlicherweise verkauft. Danke dafür. Und der ist echt toll. Ein Steel Grey Hengst. 511 in Charakter, 303 in Exterieur. Ich bin so stolz, dass ich ihn haben darf. Und ja, wir gucken rein. 469 in Farren. Er ist sogar schon leicht antrainiert. Und wir gucken in den Stammbaum rein. Sehr viel Deppel Grey, Steel Grey. Dark Chestnut einmal mit drin. Könnte auch mal mit dabei sein. Je nachdem, glaube ich, mit welcher Stute ich ihn verpaare. Aber wie schön ist er bitte. Und das ist das, was ich meinte. Dieser Mähnenstil, der vierte, der gefällt mir so gut. Und ja, das ist diese abgeschnittene Schweifvariante. Dann sieht man das mal beides sehr schön an ihm. Ja, ein Söckchen. Die anderen hat er noch nicht gefunden. Ein wunderschöner Hengst. Und ich bin sehr, sehr froh. Der geht natürlich auch in die Zucht. Aber heute erst mal für mich. Ja, dann haben wir hier noch eine Stute. Bay Rowan. Eine kleine, also ist noch empfohlen. Ein Jahr gerade mal. Ein Jährling. 279 und 126. Wir gucken rein. In Farren 420. Und Stammbaum. Haben wir Liver. Auf jeden Fall mit drin. Wir haben Rabicano mit drin. Ja. Aber ich wollte auch gerne mal ein Bay Rowan drin haben. Mal so ein bisschen Abwechslung haben. Und bin sehr gespannt. Die darf jetzt erstmal groß werden. Ich werde alle natürlich auch mit durchtrainieren. Und dann kann die Zucht der Partboard Araber starten. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Dass ihr, ja, euch meine neuen Errungenschaften angeschaut habt. Wie ist es bei euch? Seid ihr auch im Partboard Araber Fieber? Hat es euch auch erwischt? Oder wartet ihr eher auf die Chattis und wollt keine Araber? Ich ärgere mich ja richtig, dass ich meine damals weggegeben habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie viel Exterieur die hatten. Aber irgendwas 250 bis 300 hatten die auch. Und ich könnte mir in den Boppes beißen, dass ich die weggegeben habe. Gerade dieses Woe Squay gefällt mir jetzt dann doch wieder sehr gut. Ja, so ist das dann, ne? Da wird man dann für bestraft. Ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Oder Abend, wann immer ihr das seht. Hoppala. Fröschchen im Hals. Und, ja, habt viel Spaß, selber zu spielen. Ich bin gespannt, was noch an Überraschungen folgt. Das eine oder andere werde ich euch sicherlich auch mal ins Video packen. Seid auf jeden Fall gespannt und dann auch wieder dabei. Würde mich sehr freuen und bis bald, ihr Lieben. Überraschungen. Ganz freue auch. Vielen Dank.